Das klassische Mensch ärgere dich nicht ist euch zu langweilig, dann haben wir heute die perfekte Alternative für euch. Vom Mensch ärgere dich nicht, das Dreite Spiel. Das ist ein Spiel für drei bis sechs Personen, ihr solltet acht Jahre alt sein und eine Runde kann bis zu einer Stunde dauern. Der Clou bei diesem Spiel ist, dass ihr alle Ebenen drehen könnt. Jede Ebene, die ihr dreht, dreht gleichzeitig alle Ebenen, die da drüber liegen, auch mit. Somit dreht ihr natürlich sehr viele Figuren im Kreise, was dazu führen kann, dass der nächste Spieler seine Figuren nicht mehr nutzen kann. Ziel des Spiels ist es, je nach Anzahl der Spieler, bestimmte Anzahl an Spielfiguren aus dem Spiel zu nehmen, welche sie erreicht, indem ihr auf jeder Ebene eine Spielfigur stehen habt. Das Spiel gibt es so leider nicht mehr zu kaufen. Wir haben es jetzt zum Beispiel auf dem Flohmarkt für fünf Euro erworben, aber auch auf anderen Plattformen wie Ebay kann man es auch noch steigern. Das Spiel benötigt so viel Platz, dass der Turm gut aufgestellt werden kann und dass alle Mitspieler gut den Turm erreichen können. Das Spiel ist so leider nicht mehr zu haben.